hi mein name ist daniel und ich habe dieses jahr bei der karge summer school teilgenommen und ich muss wirklich sagen von der organisation bis zum ablauf des trainings ein wirklich reibungsfreier toller woche die ich da erlebt habe man hat die möglichkeiten gehabt die notfallmedizin näher kennen zu lernen die intubation zu beüben dann die verschiedensten notfallmanagements im bereich der klinik kennenzulernen es war wirklich eine tolle woche tolle leute kennengelernt auch natürlich ein gutes mittagessen ist es auch wichtig und es war einfach wirklich top organisiert es ist cool weil wir hier viele simulationen durchgehen und im team zusammenarbeiten und dabei viel lernen für die praxis weil man eben viel praxis lernen und es dann wichtig ist für einen weiteren berufsweg ich finde die summer school der karges für super weil es eine super vorbereitung für den berufsalltag ist liebe leute da draußen wirklich wenn ihr die möglichkeit hat karges summer school meldet euch